Spar-Kojota So, der Spar-Kojota wieder mit einem heissen Spar-Tipp. Und zwar geht es um dieses kleine Gerätchen hier, einen Hotspot. Heutzutage hat praktisch jeder in der Schweiz unlimitiertes Internet mit diesem kleinen Teilchen. Und wieso sollte man also zu Hause auch noch einen zusätzlichen Internetanschluss haben, wenn dieses Gerätchen sowieso bei jedem in meinem Hosensack ist? Man kann einfach einen Hotspot machen mit dem Laptop, mit dem PC oder anderen Geräten einfach damit ins Internet gehen und sich enorm viel Geld sparen, indem man einfach zu Hause keinen Anschluss hat, weil sowieso niemand mehr oder fast niemand mehr heutzutage einen Festnetzanschluss benutzt oder auch Fernsehen schaut. Es gibt Alternativen wie Netflix und das bedeutet einfach, man spart enorm viel Geld, wenn man einfach einen Hotspot benutzt und zu Hause einfach keinen zusätzlichen Internetanschluss hat.